Wenn ein Kunde unsere Dumplings isst und dieses Leuchten in ihren Augen haben und man einfach sieht, wie glücklich sie sind, das erfüllt mich mit Freude und ist für mich eine Antriebskraft, um einfach noch bessere Produkte zu machen. Mein Name ist Katschun, ich bin Seriengründer und bin jetzt gerade dabei mein viertes Unternehmen aufzubauen, Baogao Club. Wir stellen authentische chinesische Dumplings her, die wir in Berlin in der Markthalle 9 vertreiben. Ich bin in Hongkong geboren worden und mit sechs Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Meine Eltern haben, wie viele andere Chinesen, anfangs in China-Restaurants gearbeitet, bis sie genügend Geld angespart haben, um ihr eigenes Restaurant aufzumachen. In diesem haben meine Brüder und ich dann auch ausgeholfen. Es war wirklich klassisch ein Familienbetrieb, wo meine Wochenenden und Freizeiten darauf verwendet wurden, in der Küche, bei der Bedienung und auch nicht so schön arbeiten zu verbringen. Aber es hat mich sehr oft geprägt und dadurch habe ich auch meine Liebe zum Essen und zum asiatischen Essen entwickelt. Meine Eltern waren da bei uns und haben unsere Dumplings probiert. Sie haben es geliebt. Also ich war sehr nervös vorher, aber jetzt habe ich den Stempel bekommen, dass es gut genug ist, auch für meine Familie. Mein Plan für Baogao Club ist, dass wir in der Zukunft in ganz Deutschland unsere Dumplings vertreiben können. Das ist mir sehr wichtig, dass wir auch ein Konzept haben, das nicht nur in der Metropole funktioniert, sondern auch in kleineren Städten. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Ich glaube, dass jedes Unternehmen heutzutage nachhaltig agieren muss, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Für uns bedeutet es vor allem, dass wir die richtigen Zutaten und Materialien einkaufen, aber auch, dass wir unser Team fair behandeln und bezahlen. Mit SumUp als Kassensystem habe ich vollen Überblick über meine Zahlen und muss nicht lange suchen, um zu wissen, was habe ich verkauft und wie viel habe ich noch an Bestand da. SumUp ist eine super Lösung für uns, weil es so einfach zu bedienen ist und so einfach aufzusetzen ist. Also ich würde jedem empfehlen, SumUp zu benutzen, weil man sich sehr intuitiv da zurechtfinden kann. Für uns bei Baogao Club ist es wichtig, dass unsere Produkte so schmecken, wie du sie auch in China oder anderen sehr chinesisch beeinflussten Städten in der Welt vorfinden kannst. 5 Euro für 3a-Maria 5 Euro für 1 55 Euro für 3a-Maria